Ach herrje, Leute, Leute, die Munitionsarmut des armen Leon hat nicht nachgelassen! Wir haben noch genau einen Schuss mit der Schrotflinte und das war's! So, und natürlich habe ich mir den Weg umsonst gemacht, wieder mal beim letzten Mal, denn wir hätten hier gleich vom der Leichen Halle, einfach rechts abbiegen müssen und da können wir die Kurbel einsetzen, um dieses Rolltor hinauf zu kurbeln. So kommen wir in den Transformatorraum und bringen hoffentlich ein bisschen Licht in diesen Keller. Aber ich befürchte, das wird auch wieder Gegner anlocken. Gegner, für die wir immer noch keine Munition haben. Ja, schön. Grüß Gott! Ah, ich höre doch ein Hundeknurren. Ja, schön, dass ich so viel Heilung kriege, aber ich bräuchere halt einmal Munition. Ja, Schießpulver ist auch nett. Verpacktes Elektronikteil. Okay. Ah, das Elektronikteil. Ja, passt. Hätten wir eins von diesen Dingern wenigstens schon. Ach Gottchen. Ach Gottchen, ach Gottchen. Keine Munition mehr hier. Nein, gar nichts. Gar nichts! Ah, Mann. Okay. Yay, wir haben wieder Strom. Oh, oh. Bleib liegen. So, weil jetzt heißt's Rennen. Egal, was kommt. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Ja, 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 Hundchen. Rennen wir vorbei, hast recht. Oh, verdammt. Oh, kacke. Oh, 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 oh. Oh Mann, ich hoffe mal, dass die hier nicht durchkommen. Nein, nein. Brav bleiben. Kacke. So, das ist der normale Weg wieder zurück hier ins Polizeipräsidium. Gott sei Dank Munition. Aber das bringt mir halt jetzt nichts. Eine Kiste, sehr schön. Okay, einen Film, den wir entwickeln können. Den Autoschlüssel brauchen wir nicht. Weg damit. Rotes Kraut kombinieren mit grünem Kraut. Den Elektronikteil verstauen wir fürs Erste. Gut. Können wir speichern. Schießpulver. 15 Schuss Munition, immerhin. Können wir uns zumindest wieder wehren. Magnum Munition. Wow. Aber wir haben keine Marken. Gnum, ich höre doch schon wieder einen Mr. Raccoon. Bist du... Ah. Hinten stehst du. Was haben wir hier? Schon wieder eine Sicherung. Wie ist die denn jetzt wieder? Ah, okay. Da werden wir die Kombination des Spins kennenlernen. Pausenraum, Flur. Sicherheitstür. Immerhin wieder ein Paar-Schuss. Ist ja kein Licht. Doch. Gut. Ah, die Safe-Room-Musik. Wie schön. Okay. Speichern tue ich jetzt lieber mal nicht. Wer weiß, ob mir nicht wieder die Munition ausgeht. Und dann ist es verschissen. Ähm. Das nehmen wir mit. So, das Heilspray legen wir ab. Wir haben zwei volle Heilungen hier. Die Magnum-Munition legen wir ab. Die brauchen wir derzeit gar nicht. Okay. Dann nehmen wir doch draußen vom Gang hier noch die Munition. So, damit sind wir wieder im Polizeipräsidium oben. Und das schaut aus, als könnten da ziemlich viele mit rein. Und ich habe natürlich keine Bretter mit, verdammt. Schnell. Tschüss. Tschüss. Ja gut. An euch komme ich nicht vorbei. Ja, meine Rede. Leon. Da ist ja noch einer. Ein Messer. Gott sei Dank. Endlich wieder ein Messer. So, da gehört die Sicherung rein. Oh, das ist das vom Anfang. Und da ist der Polizei-Veramte, den wir gerettet haben. Und der uns jetzt gleich fest. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Gefahr ist schlecht. Gefahr ist schlecht. Ach, komm schon. Ernsthaft, jetzt zwei auf einmal. Okay. Ich will mein Messer wiederhaben. Ja, und ich glaube, das war es auch schon wieder mit meinem Messer. Ja, und genau, schon wieder nur noch ein Schuss. Juhu. Ja, der Arme. Lass mich in Ruhe. Ja. So, da sind wir wieder. Okay. Okay. Wo hatten wir was? Einen, den Karo-Schlüssel hatten wir doch irgendwo, ne? Ja, genau da war eine Karo-Tür. Und einen Film zum entwickeln hatten wir. Also, Film entwickeln als erstes. Oh, Mann. So, Film. Was fehlt denn hier herinnen eigentlich noch? Ah, ja. Habe ich einfach einmal einen Spind übersehen, ne? Ja. Ich meine, immerhin. Gut, dass wir jetzt wieder... Ein Licker! Oh, Mann. Was macht der denn hier? Okay, jetzt wird's langsam kritisch. Spind im dritten Stock. DCM. Okay. Ähm. Wie schaut's aus? Warnung. Ich nehm das kleine grüne Kraut. Passt. Jetzt muss ich irgendwie an diesem Licker vorbeikommen. Und an ihr. Weil ich muss die Treppe rauf. Ach, verflucht. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Mann, der Schatten. So, was war's? D, C, M. Noch mehr Magnum-Munition. Was bringt mir das? Ich habe keine Magnum. Okay. Wäschekammer. Dahin wollte ich noch. Okay. Okay. Ach, komm. Really? Toll. Toll. Ich hoffe mal, dass in der Wäschekammer noch was Sinnvolles ist für mich. Im Stars-Büro habe ich schon alles, ne? Mist. Okay, Schießpulver. Gut. Was haben wir hier noch? Oh Gott. Schon wieder so ein Tresor. Oh Mann. Okay. Das wird wahrscheinlich wieder dauern. Probieren wir es mal. Da ist auch alles hier herinnen. Toll. Schießpulver. Wow. Okay. Tresor. Okay. Lol, sie sind einfach mal drei hintereinander. Okay, gut. Das ist wenigstens einfach zu merken. Vier? Ähm, okay. Hm, schade. Ich dachte, es wäre einfach rauf-runter. Das ging einfacher als beim ersten Mal. Und es ist die zweite Ersatztaste, wie zu erwarten war. Schön, aber wir haben immer noch das Problem, dass da unten jetzt ein Licker herumrennt. Okay, den Karoschlüssel brauche ich auch nicht mehr. Der war nur für die zwei Türen da. Okay. So, okay. Wie komme ich da jetzt wieder runter? Am blödesten. Ja, sie wird durchs Büro gehen müssen hier wieder. Marvin sitzt. Oh nein, Marvin. Oh nein, verdammt. War toll. So, jetzt schleichen wir uns an dem Licker da vorbei. Leise. Wo ist er denn? Ich höre ihn ja. Oh, meine Nerven. Oh, meine Nerven. So, ein Messer, Gott sei Dank. Ich meine, die halten zwar wenig aus. Leider. Aber besser als gar nichts. So, die Einser haben wir jetzt alle richtig. Ja. So, 2, 0, 3. Noch eine Tasche. Gut. Würde mir halt was bringen, wenn ich... ...mehr Munition hätte. So, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Haben wir auch alles. Damit müssten wir den Raum auch komplett haben. Genau. Passt. Hey. Damit haben wir hier schon mal alles, was wir haben können. Gut, 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 gut. So, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist mit der Kurbel... ...oben beim abgeschützten Helikopter den Weg zu öffnen. Ja. Genau, das machen wir. So. Wieder rüber ins Westseitenbüro und rauf. Braver Licker. Ach, Marvin. Ich kann ihn nicht mal erlösen, weil ich einfach keine Munition habe. Und den Code für den Tresor da hinten hätte ich auch ganz gerne mal, ehrlich gesagt. So, genau. Da können wir die Kurbel noch benutzen. Sehr gut. Und ein komplett neuer Bereich steht uns offen. Oh, und da steht einfach mal ein Mr. Raccoon. Okay, den muss ich tatsächlich abknallen. Gut, es wäre nicht so, dass ich nicht zu wenig Munition hätte, ne? Ein Herzschlüssel. So, damit können wir auch die Kurbel entsorgen, sozusagen. Ah ja, gut. Gut, 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 gut. Dach. Dach, Lagerraum. Okay. Na dann, rauf mal. Bretter, okay. Platz habe ich ja jetzt eh zum Sau füttern. Aber ich muss ihn mit irgendwas füllen können. Eine Blendgranate. Gut, falls ich wieder angegriffen werde. Munition, immerhin acht Schuss. So, rechts oder links. Was sagt die Karte? Lagerraum und Balkon. Okay, gehen wir mal in den Lagerraum. Hallo. Jemand zu Hause? Offensichtlich. Oh, nein, 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 nein. Bleib doch liegen. Und da kommt schon der gleich der Nächste. Na toll. Und schon wieder nur noch sechs Schuss. Na juhu. Okay, Flinten-Munition. Passt, passt. Blaues Kraut. Da ist zu. Aha. Da liegt ja noch was. Ein Zahnrad, ein großes. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Da haben wir einen Herzschlüssel. Okay. Ihr bleibt tot. Danke. Juhu, wieder nur sechs Schuss. Schön. Da liegt die da einfach mal einen Hut herum. Na dann hier rein. Beziehungsweise raus in den Regen. Noch mehr blaues Kraut. Schön. Jetzt brauche ich so viel blaues Kraut. Okay, damit hätten wir hier aber eh auch schon alles. In dem Gang fehlt aber noch was. Okay. Aber sonst haben wir eigentlich schon ziemlich gut alles hier. Also alles, was wir bisher schon betreten konnten. Okay. Toll, Leon. Gut gemacht. Ja, meine Rede. Weil da kommst du jetzt nicht mehr rauf. Aha, und da ist das andere Ende des Helikopterwracks. Na, das bringt uns nichts. Oh, Munition. Danke. So, ab sofort. Du hör, ich muss ja immer ein bisschen haushalten jetzt mit der Munition, ne? Na, da kommen doch schon wieder welche. Okay, zwei grüne Kräuter mixe ich mit den blauen. Warte mal, was war denn das? Okay. Gut. Ah, da werden gleich welche durchstürmen, ne? Oh, da werden wir jetzt nicht mehr durchstürmen. Und auch sie, mein Herr. Ich hätte mein Messer gerne wieder. Ach komm. Was zur Hölle? Ja, 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 ja. Fiespulver wird gleich kombiniert. 14 Schuss, danke. So, du bist tot, danke. Okay, genug. Okay, hier haben wir einen sicheren Raum, okay. Beenden wir das Massaker für heute hier. Oh Mann. Ja, jetzt wird es langsam nervenaufreibend. Auch für den armen Leon hier. Ja, der arme. Trotzdem danke fürs Zusehen und Mitleiden hier in Raccoon City. Bis zum nächsten Mal. Keep gaming. Das war's. Schmeig. Das war's. kan Center. Ja. Vielen Dank.